Na? Da ist keiner. Entschuldigung, könnte sich hier gleich einer verstecken. Das kennt man nur zu gut, dass die Leute hier hochlaufen. Und da ist er schon, der Erste. Der sich umgeschossen wird, bevor ich auch nur einen Blick drauf werfen darf. Arschloch. Oh, ich hatte gerade ein Visier und dann... Oh, ich habe einen Granatenwerfer auf dem Ding. Habe ich ganz vergessen. Ah. Da habe ich mich gerade umgesehen und dann kommt sowas. Wow. Wir haben 9,12. Wir müssen unbedingt noch drei Kills bekommen. Das wird aber relativ schwer. Da ist unser Erster schon mal. Und hier irgendwo könnten eventuell noch andere lauern. Aber bin mir da nicht so ganz sicher. 7400. Und... Nein, vorbei. Scheiße. Okay, dann in dem nächsten Match. Oh, wir haben ja schon ein halbes Level hier. Äh, nein. Highrise wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr spielen. Das, äh, hauen wir mal weg. Und ich glaube, wir brauchen noch drei Kills. Three Kills for Red Dot. Ne, sieben brauchen wir noch. Okay. Vermutlich, weil ich mit der M4 ein paar gekillt habe. Aber naja, gut. Wow, zwei. Zwei Stimmen. Na gut, dann wird das hier jetzt ein Highrise Match. Wow. Drei Stück in einem. Ich bin wirklich überrascht. Wenn man mal will, dass die, äh, Wechsel... Von Wechselstimmen dann, äh, tun sie es nicht. Na, komm. Ah ja, gut. Ähm, wenn ich hier schon ein bisschen Zeit habe, dann können wir auch gleich etwas kurz über MB3 reden. Denn, ähm... Ich wollte eigentlich ein paar Sachen aufnehmen. Natürlich nicht dasselbe wie, äh, hier. Ganz einfach den Multiplayer. Sondern, äh, eher sowas wie Spec Ops oder, oder Survival oder sowas in der Richtung. Ähm, anscheinend haben nicht so viele Leute ein Interesse dran. Aber, äh, naja, gut. Es ist halt was Neues. Also, ähm, erwartet in Zukunft wahrscheinlich ein paar MB3-Videos. Aber wenn ihr sie wirklich disliket, dann kann man nichts machen. Dann lasse ich das eben aus. Wie ihr wollt. Es, äh, ihr macht die Videos, nicht ich. Wenn ihr das versteht. Pop and Smoke. Bevor ich ungesniped werde, direkt aus dem Weg gehen. Hab ich doch gewusst. Komm raus. Ah, er hat mich gesehen. Moment. Will mal sehen, wie er mich gesehen hat. Moment. Äh. Ah, ja. Er hat schon wahrscheinlich umgeahnt, dass ich da stehe. Okay. Die scheinen hier auf der anderen Seite zu sein. Enemy Care Package incoming. Und wie ich es erwarte, kommt hier gleich wieder jemand vorbei. Oh. God damn it. Da guck ich... Das ist das Typische. Ich guck in eine Richtung, da ist da einer. Da guck ich in die andere Richtung, ist keiner. Und dann guck ich auf einmal, steht da einer. Ach. Mann, nur Meter. Uh. Steht hier noch einer? Ich glaube nicht. Ah. Ich bin gerade irrt. Da stand doch gerade... Wow. Ich hab Hallos. Wow. Das war nicht sehr schön. Das war nicht so schön. Oh. Hab ich gegen Latte geschossen. Oh. Wo kam das jetzt her? Oh. Oh. Ach, meine Güte. Oh. Und natürlich wieder dasselbe. Na gut, dann müssen wir ein bisschen aufpassen hier. 2.5 ist nicht gut. Ist hier jemand? Nein, das war noch einer für uns. Okay. Scheint ja nicht viel los zu sein hier. Schmeiß mal da rein, damit sie denken. Oh. Aua. Heads up. Enemy UAV spotted. Sentry gun on the way. Wow. Ha. Unsere. Ich hab erwartet, dass da jemand ist. Beziehungsweise dacht es. Und hier unten könnte eventuell jemand sein. Wenn ich grad nicht super aufmerksam bin. Au. Oh, oh, oh. Ach, Gott. Warte mal. Nee, der ist von hinten gekommen. Das ist komisch. Naja, gut. Das war ja schön. Uh, ja. Gib mir mehr Bonus. Oh, scheiß Hinschütze. Scheiß Hinschütze. Wo ist er denn? Er war doch ein Gegner. Wow. Besser in Deckung gehen. Ach. Nicht mal... Nicht mal ein Kill. Ich glaub's nicht. Du hast mir noch schon wieder ein Assist. Meine Güte. Ich hab nicht mal was gesehen. Er wird noch von Dings erwischt. Beziehungsweise hab jemanden gekillt. Okay. Das müssen jetzt zumindest die, äh, sieben Kills gewesen sein. Die wir brauchen. Nein. Ja, das war der. Das müsste jetzt unser Red Dot gewesen sein. Und wir arbeiten uns dann, äh, auf die Themalsicht zu. Die aber allerdings, glaub ich, 75 oder 100 Kills braucht. Ist hier jemand? Nein. Ah, ich hab nichts gesehen. Warum zum Teufel ist er eine Sentry? Uh. Oh, das war der letzte Kill. Der letzte Kill, der Gegner. Okay, dann wollen wir doch mal. Rot-Punkt-Visier. Ja. Schön. Und gleich eine Derail. Okay, wir, äh, machen unsere Fahrräder ready. Ich würde sagen, mal ohne Noob-Tube. Äh, ich meine natürlich Granatenwerfer. Äh. Okay, ich glaube, ich nehme lieber das, denn, äh, ich muss nicht unbedingt umständlich lang rennen können. Aber okay. Ach du Scheiße, nein, 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 das will ich nicht. Okay. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen... Nein, das will ich doch gar nicht. Nein, das auch nicht. Hier das. Ja, wir haben fast wieder ein Level. Ja, komm. Jetzt noch 10 Sekunden, dann sind wir, äh, für das Set hier auf dem letzten Match gewesen. Oh, yeah, wir müssen uns avoid... Aber dann sind wir... Ja. Ich bin... Ich bin... Ja. Ich bin... Ja. Vielen Dank.